Liebe Schach-Community, ich mache weiter mit meiner Berichterstattung von der Mannschafts-Europameisterschaft in Budwar. Es läuft aktuell noch, während ich dieses Video aufnehme, die fünfte Runde. Deutschland ist ja nach vier Runden in der Spitzengruppe zusammen mit Armenien und Polen. Diese drei Deams hatten sieben Punkte vor der Runde und Deutschland bekam es mit Armenien zu tun. Ein weiteres Spitzentreffen für die deutsche Nationalmannschaft. Armenien, ein absolut schachbegeistertes Land, hat schon mehrmals die Schach-Olympiade gewonnen. Der bekannteste Vertreter ist Levon Aronian, der ist allerdings inzwischen in den USA. Es hat ihn dorthin verschlagen mit seiner kleinen Familie und dementsprechend ist Armenien jetzt nicht mehr ganz so stark besetzt. Am Spitzenbrett trafen Vincent Keimer und Haik Martirosyan aufeinander. Diese Partie ist schon zu Ende. Es sind noch zwei andere Partien schon zu Ende. Wir werden natürlich sehen, am Ende des Videos, wie es ausgegangen ist. Zuallererst erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Vincent Keimer, denn er feiert heute seinen 19. Geburtstag. Und natürlich spielte er für sein Land bei der EM. Da macht man keine Pause, das ist ja klar. Ja, Martirosyan, sehr interessanter Gegner. 23 Jahre alt, ist der neue Go-To-Guy bei den Armeniern. Über 2700 Elo, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren geschossen. Und sehr, sehr interessanter Mann. Spielt sehr interessantes Schach. Und da schauen wir mal, wie die Partie ausgegangen ist. Martirosyan hat Weiß und beginnt mit D4. Springer F6, C4, E6, Springer F3, D5. Damen Gambit, Springer C3 und jetzt Tarasch-Verteidigung. Vincent hat einige Erfahrungen mit dieser Eröffnung, auch mit Weiß. Und nach C schlicht D5 war es so, aber in der Vergangenheit, dass er meistens, und nicht meistens, eigentlich immer mit dem Springer genommen hat. Und dann halt diese Variante gespielt hat mit hier, tauschen, 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 tauschen und Läufer B4. Diese Variante, wo man super viel tauscht direkt zur Eröffnung, mit einer übersichtlichen Stellung. Das hat er wirklich sehr häufig gespielt, aber davon ist er inzwischen weggekommen. Habe ich den Eindruck. Und in dieser Partie spielte er jetzt Schlagen auf D4. Und das ist eine Variante, die in den letzten Jahren so ein bisschen in Mode gekommen ist. Das läuft entweder auf ein, ja nicht automatisch auf ein Endspiel hinaus, aber hier läuft es auf ein Endspiel hinaus. Dame D4, Schlagen auf D5 und jetzt kann sich Weiß aussuchen, wer da spielt hier. Und Martirosyan wählt hier den Übergang zu diesem Endspiel nach E4. Ihr werdet jetzt fragen, warum Endspiel? Weil Schwarz hier nimmt. Und das war vielleicht für Weiß auch eine Überraschung, weil Keimer das mit Schwarz noch nie gespielt hat. Mit Weiß hat Keimer hier einige Erfahrungen, was diese Variante betrifft, aber mit Schwarz hat er es noch nie gespielt. Man kann mit Schwarz natürlich auch so etwas wie Springer C6 spielen. Hier, dann kommt Läufer B5, das ist aber eine andere Variante. Man kann auch mit Weiß hier auch andere Varianten spielen. Man muss nicht E4 spielen, aber E4 ist der prinzipielle Zug, weil er direkt im Zentrum attackiert. So, Schwarz tauscht jetzt die Damen freiwillig. Dame D8, König D8. Das sieht auf den ersten Blick ein bisschen komisch aus, weil Schwarz irgendwo mit dem König da rumläuft. Aber hier gibt es sehr, sehr viele Partien. Springer G5. Na. Meine Güte. Hier, hier bekommt Weiß den Bauern wieder. Schwarz spielt Läufer E6 und deckt den F7. Springer E6, Fe6, Läufer G5. Fesselt hier den Springer. Das ist alles schon sehr, sehr häufig vorgekommen. H6, Lange Ruchade, sorry, Schach, König E7, Läufer F6, Gf6 und Springer E4. Weiß hat seinen Bauern wieder. Und dieses Endspiel wurde in den letzten Jahren wirklich relativ viel gespielt. Auch sehr viele starke Spieler haben das angewandt. Wesley So vor allen Dingen. Der hat das so ein bisschen belebt auch. Auch gegen Magnus Carlsen. Magnus Carlsen hat das mit beiden Farben gespielt. Und das wurde jetzt schon echt ganz schön durchgenudelt, dieses Endspiel. Auf höchstem Niveau. Schwarz kämpft im Prinzip ums Remis hier. Aber in der Regel endet das auch Remis. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Läufer G7. Spielt Schwarz. Entwickelt den Läufer. Idee ist F5. Und dann den Läufer hier auf dieser Diagonalen. Platzieren. Und hier dachte Martirosyan 13 Minuten nach. Er hatte das schon mal auf dem Brett, Martirosyan. Gegen Radjabov 2021. Da spielte er Läufer B5. Das ist halt ein Endspiel. Das ist wirklich viel gespielt worden in den letzten Jahren. Und Martirosyan kennt das natürlich. Hier ging es weiter mit F5, Springer G3 und Turm C8 Schach und Turm C5. Gefolgt von Springer C6. Und Radjabov hatte keine Probleme, diese Partie Remis zu halten mit Schwarz. Und Martirosyan weicht hier ab und spielt Springer G3. Das ist aber ein Zug, der auch schon gespielt wurde. Und hier gab es in der Vergangenheit einige Partien, in denen Schwarz mit F5 fortsetzte direkt. Und den Läufer hier aktivierte auf der Diagonale. Sieht sehr natürlich aus. Aber Vincent ist immer noch in seiner Vorbereitung und spielt hier H5. Das ist ein Zug, den Stockfish 16 anzeigt, wenn man ganz, ganz tief rechnen lässt. Und ich gehe stark davon aus, dass die Jungs natürlich mit sehr guter Hardware arbeiten, auch bei diesen Turnieren und dann sehr, sehr weit diese Stellungen analysieren lassen von den Engines. Und das ist der erste neue Zug hier, H5, kann man sagen. Außer es gibt vielleicht eine Fernschachpartie, die ich übersehen habe oder irgendwo eine Partie. Aber in meiner Datenbank ist das jetzt hier der erste neue Zug. Martirosyan blockt jetzt diesen Bauern hier mit H4. Es gibt eine Alternative. Zuerst Turm E1 spielen, hier den Bauern fesseln mit der Idee Springer F5 Schach. König F7 geht man weg und dann H4. Das könnte hier eine Verbesserung sein, ist aber unklar. Eventuell dann mit Läufer E2 angreifen. Aber gut, sei mal dahingestellt. Martirosyan blockt sofort mit H4 den H-Bauern und fixiert ihn hier. Das ist auch eine Variante, die man eigentlich so nicht spielen kann mit Schwarz, wenn man das nicht vorher mit der Engine angeschaut hat. Denn was will man hier machen? Der Bauer ist weg. So was spielt man nicht einfach so, weil einem nichts Besseres einfällt. Das muss man vorher angeschaut haben. Vincent spielt immer noch sehr schnell. Springer C6, Läufer E2 und schwuppsdiwupps, dieser Bauer ist weg. Scheint aber alles okay zu sein. Ist alles geprüft. Und er setzt jetzt fort mit Turm AD8. Bringt den Turm ins Spiel. Was es nicht alles gibt. Springer schlicht H5, Bauer weg. Egal. Und jetzt geht es weiter im Alltempo. Springer D4. Ich vermute mal ganz stark, dass Vincent das mindestens bis hierhin vorbereitet hatte. Denn das spielt man nicht einfach so am Brett. Das muss man sich vorher angeschaut haben. Und das sind immerhin 18 Züge schon. Und auch der Zeitverbrauch spiel ich dafür. Er war bisher sehr schnell unterwegs. Der Läufer ist angegriffen. Hängt mit Schach. Springer G7 ist ein dicker Fehler. Wegen Schlagen hier. König C2. Und jetzt hier Springer D4 Schach. Und dann irgendwann gehen wir zurück. Und der Springer von Weiß kommt hier nicht mehr raus. Der ist eingesperrt. Gehen wir mal zurück. Also Springer G7 kommt nicht in Frage hier. Weiß spielte auch Springer G3 zurück. Und das war jetzt der erste Moment, wo Vincent länger nachdachte. 13 Minuten. Aber er hatte jetzt auch viel Zeit akkumuliert. Seine gesamte Bedenkzeit zu Beginn. Plus die 30 Sekunden die ganze Zeit. Wobei er natürlich immer so 30 Sekunden überlegt hat. Vielleicht. Und hier ein paar Minuten. Aber er hatte viel Zeit. Er spielt F5. Öffnet jetzt die Diagonale für den Läufer. Das sieht total natürlich aus. Läufer D3. Weiß sichert den Läufer ab. Turm D6. Okay. Sieht gut aus. Auf dem schwarzen Feld. Eventuell hier Turm C8 spielen. Eventuell Turm B6. Hier gegen den schwarzen Bauern spielen. König B1. Okay. Turm B6 war jetzt stark hier. Mit Ideen wie irgendeinen Springerabzug und dann Druck gegen B2 machen. Und die Stellung ist unangenehm für Weiß. Und wenn Weiß B3 spielt, dann muss er immer mit diesem Opfer hier rechnen. Weil hier enorm viel Potenzial besteht. Trotz des reduzierten Materials. Nun gut. Aber Vincent spielte nicht Turm B6. Er spielte Läufer E5. Aktiviert den Läufer. Gut. Läufer schlägt G3. Glaube ich. Ist hier keine Drohung. Aber trotzdem zieht... Na, es ist eine kleine Drohung vielleicht. Läufer G3, Turm G8. Aber der Läufer ist sehr stark eigentlich. Den wollen wir nicht so ohne weiteres geben. Weiß zieht den Springer zurück. Springer F1. Läufer F6. Greift den Bauern an. H5. Läufer G5. Der Läufer wird jetzt auf diese Diagonale gestellt. Der ist sehr stark. Blockt auch diesen Bauern. Naja, blockt. Wenn er vorgeht, wieder geschlagen. So. Und man fragt sich die ganze Zeit so. Ja, hat denn Weiß jetzt hier was? Er hat einen Bauernmeer. Aber irgendwie dann doch nicht. Weil Schwarz hat sehr aktive Figuren. Und steht viel weiter vorne mit seinen Bauern hier. Mit diesen Beinen. Und dadurch hat er ein bisschen Raumvorteil. Und Weiß kommt da hinten nicht so richtig raus. Wobei hier, das war eine Situation, wo ich so ein bisschen Angst hatte. Springer C6. Läufer E2. Springer D4. So, jetzt könnte Weiß die Züge wiederholen mit Läufer D3. Und Vincent würde natürlich das Remi annehmen. In so einer Stellung. Er hätte einen Bauer weniger. Aber Martilosian fühlt sich hier verpflichtet weiter zu spielen. Und spielt Läufer F1. Turm DD8 zurück. Das ist auch okay, objektiv, was er gemacht hat. Nur, hier verpasst er einen starken Zug. Mehrmals. G4 ist hier sehr stark. Um so ein bisschen Platz zu schaffen. Und vor allen Dingen dieses schöne Gerüst hier so ein bisschen zu zerstören. FG4, Springer G4 ist ein ganz... FG4 ist ganz schlecht, weil der Springer hier super steht. Und den Bauern unterstützt. Eventuell nach E5 kann. Schwarz müsste eigentlich sowas wie Springer F3 spielen. Dann aber kann Weiß hier nehmen. Turm D1, Springer D1. Am Ende nehmen wir den Läufer und hier den Bauern. Man hat hier immer noch einen Bauern weniger mit Schwarz. Wahrscheinlich ist es immer noch zu wenig aus weißer Sicht, um auf Gewinn zu spielen. Aber natürlich, der Einzige, der auf Gewinn spielen kann, ist Weiß natürlich. Gut, F4 hier vielleicht. Da muss der Läufer weg. König ran, Springer E3. Man hat ein bisschen was. Aber Marti Lossian spielt ganz ruhig weiter. Läufer C4. Vermeidet so ein bisschen konkrete Fortsetzungen. König F6. Gefällt mir sehr, der Zug. Verbessert den König. Unterstützt hier das gesamte Konstrukt. Schwarz steht enorm kompakt hier im Zentrum. Hier sollte man mit Weiß Springer C2 spielen. Die Springer tauschen. Ja gut, wenn man zurückgeht, wird Turm D8 getauscht. Das bringt nicht viel. Springer C2. König C2. Nimm, Nimm. Turm A5. Turm D6. Und einfach hier so ein bisschen auf diesen Vorteil spielen. Die Engine sagt, dass man das hält. Aber es ist nicht einfach für Schwarz hier, das zu verteidigen. Wegen den ungleichfarbigen Läufern ist ihre Miettendenz relativ groß. Und Marti Lossian wollte die Springer nicht tauschen. Was macht er stattdessen? Turm D E1. Das ist aber eher so ein Nullzug, der nichts droht. Okay, so ein bisschen droht Springer C2 und eventuell hier angreifen. Aber Turm D E1 ignoriert komplett, dass Schwarz hier B5 spielen kann sehr stark und den Läufer vertreibt. Läufer F1 zurück. Wieder sehr passiv hier. A6. Gefällt mir sehr. Stützt hier das Konstrukt. Und hier ist eigentlich deutlich, dass Schwarz super Kompensation hat für den Bauern. Die Bauern stehen sehr weit vorne hier, alle vier. Und die weißen Bauern alle auf der zweiten Reihe, außer dieser H5. Aber der H5, der ist ganz alleine hier. Der kann sowieso nichts ausrichten. Und Weiß kommt da hinten nicht so richtig raus. Jetzt spielt der Turm H3. Kein schlechter Zug, aber auch kein guter Zug. Man denkt sich so, was will der Turm da? Läufer H6. Macht die G-Linie frei. Jetzt sollte Weiß Turm G3 spielen, wenn er schon den Turm da hinspielt mit der Idee Turm G6 Schach. Aber was macht er? A3. Das ist ein totaler Verlegenheitszug, der auch fragwürdig ist, weil er dieses Feld B3 hergibt. Turm HG8 auf der G-Linie. Jetzt droht so ein bisschen, irgendwann droht hier Schachs, Nehmen und dann der G2 könnte hängen. Also ist gut, dass er den Turm aktiviert. Gefällt mir. Und was macht Matelossian? Er geht zurück. Springer B3. So, jetzt droht hier auf jeden Fall, dass Schwarz am Ende auf G2 schlägt, mindestens. Was macht Matelossian? Er spielt König C2. Greift den Springer an. Auch das ist ungenau. König A2 wäre besser hier. So angreifen. Und nicht auf die C-Linie. Springer C5 zurück. Ich muss mal kurz was gucken. Springer C5. Die Frage ist, ob er hätte jetzt hier König B1 spielen können. Nein, geht nicht mehr wegen Springer E4. Und jetzt hängt der Bauer. Ja. Es gibt hier keine Zugwiederholung mehr für Weiß. Hier hätte Weiß G4 spielen müssen. Der Zug ist aber schwierig. Wobei man sagen muss, dass er eigentlich viel Zeit hatte noch. Die waren nicht in Zeitnot. Weil sie relativ schnell spielten. FG4. Turm H4. Und Weiß holt sich den Bauern wieder. Turm D4. Läufer E2. Letztendlich holt sich Weiß den Bauern wieder. Und es ist ausgeglichen. Er befreit sich. Stattdessen spielt er F3. Und das ist ein dicker, dicker Fehler. Er verhindert Springer E4. Aber jetzt kommt plötzlich ein Riesenangriff auf den Weißen König. Turm D7. Macht Platz für den Turm. G4. Turm C8. Es drohen allerlei Abzüge. Springer D3 mit Gewinn des Turmes unter anderem. König B1. Springer A4. Super gesehen von Vincent. Es droht Turm D2 hier. Mit Angriff auf B2. Plötzlich brennt es Lichterloh hier. Völlig verrückt. Auch Läufer E3 ist auch ein Problem. Und dann Turm D1 Schach, wenn Weiß nimmt. Das kann Weiß gar nicht alles verteidigen plötzlich. G-Schlicht F5 probierter. Läufer E3. Turm Schlicht E3. Ja, das Fragezeichen ist Quatsch. Das ist Computerfragezeichen. Jeder Mensch würde natürlich hier die Figur nehmen. Der Computer möchte schon Läufer Schlicht B5 spielen. Also Stockfisch. Weil Stockfisch sieht, dass das andere verliert. AB5 Turm E3. ER5 ist natürlich eine Gewinnstellung für Schwarz. Wobei es technisch hier vielleicht noch ein paar Probleme gibt. Stattdessen Turm E3. Und jetzt Turm D1 Schach. König A2. Und hier hatte Vincent genug Zeit. Er hatte noch 15 Minuten Zeit für zwei Züge bis zur Zeitkontrolle. Und fand Turm C2. Das ist auch keine schwierige Variante. Es droht nämlich Matt in einem Zug. Also da gibt es nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Und berechnen zum Glück auch nicht. Was soll Weiß hier machen? Wenn er rausrennt, ist direkt Matt. Und wenn Turm B3 kommt, kommt Turm C, C1. Es droht Matt. Und Turm F1. Und das kann Schwarz weiß nicht alles verhindern. Turm E3 ist noch der Computerzug. Und hier gibt es Springer C5, was das Feld wegnimmt. Und das wird auch Matt. In vier spätestens. Nach Turm E6 zum Beispiel. König F7. Und dann opfert hier die Engine rum. Und jetzt ist es hier Matt. Oder auf der zweiten Reihe. Matilossian probierte hier noch Turm E6 Schach. Hoffte noch auf den Riesenfehler König F5. Läufer H3 Schach. Und Turm schlägt D1. Wonach Weiß plötzlich gewinnt. Aber König F7 ist jetzt nicht wirklich schwierig. Vincent spielte das. Relativ fix. 40 Züge sind geschehen. Zeitnot geschafft. Schwarz hat gewonnen. Unglaublicher Verlauf letztendlich. Mattilossian hier völlig eingebrochen in dieser Partie. Bin ein bisschen überrascht, wie er eingebrochen ist. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist ihm nichts mehr eingefallen. Hat die Figur nur hin und her gezogen. Und Vincent hat das einfach brutal bestraft. Aber für Vincent war das hinterher auch einfach. Muss man sagen. Das hat er ganz locker gerechnet. Da hat er in den letzten Monaten ganz andere Dinge rechnen müssen. Das war wirklich. Aber für Deutschland natürlich super. Schöner Sieg mit Schwarz am Spitzenbrett. Am Geburtstag. Und durch hat er sich damit das schönste Geburtstagsgeschenk selbst gemacht. Und wir schauen mal kurz auf die bisherigen Ergebnisse. Also Deutschland hat schon gewonnen gegen Armenien. Matthias Blühbaum gewinnt mit Schwarz gegen Rand Melkumjan. Dimitri Kollas mit Weiß-Rémy an Brett 4. An Brett 2 wird noch gespielt. Und da steht Rasmus Vane besser und kämpft um den Sieg. Aber auf jeden Fall hat Deutschland gewonnen gegen Armenien. Toller Sieg. Ich schaue mal kurz, was Rumänien macht gegen Polen. Ja, Polen scheint zu verlieren. Ja, Polen verliert gegen Rumänien. Die liegen 2-1 hinten. Und am Brett 1 liegt Richard Rapport vorne gegen Radoslav Wojtaschik. Das heißt, Deutschland ist nach diesem Spieltag, nach dem fünften Spieltag bei der EM, alleiniger Tabellenführer mit neun Punkten. Das steht schon mal fest. Es gibt da vielleicht ein, zwei Teams, die mit acht Punkten dahinter sind. Vielleicht Rumänien. Ich weiß jetzt nicht. Aber es wird ja noch gespielt in der fünften Runde. Und ganz wichtiger Hinweis. Jetzt ist erst mal ein Tag Ruhepause, bevor die letzten vier Runden ab Samstag weitergehen. Freitag ist Ruhetag. Und für Vincent und sein Team natürlich wird ein schöner Abend, denke ich. Die werden eine schöne Torte präsentieren, vermute ich mal. Deutscher Schachbund ist ja auch vor Ort. Und dann werden sie so ein bisschen seinen Geburtstag nachfeiern. Weil die haben mit Sicherheit nicht reingefeiert. Alles klar, bleibt mir gewogen. Sendet liebe Grüße an Vincent. Bis zum nächsten Video.